Liebe Zuschauer, Schwebebalken, Parigi Sok aus Südkorea, 8,80 und eine 9,85 für die Vize-Weltmeisterin am Stufenbahn, Tatjana Gutsu. Und nun Diana Schröder vom SC Berlin, 17 Jahre, die kennen Sie auch, Dagmar Kerstin. Ja, mit der habe ich zusammengegangen. Oh, und unsere Deutschen zeigen Nerven. Also das ist recht schade, weil wirklich Ihr Spitzengerät eigentlich der Stufenbahn ist. Ja, das ist jetzt schon nach Anke Schönfelder die Zweite am Stufenbahn, die absteigen muss. Es ist ja fast schon Tradition geworden am Stufenbahn mit den Deutschen. Und dass das jetzt passiert, ist wirklich recht schade. Ja, es wäre zu wünschen gewesen, dass man zum Abschluss dieses ereignisreichen Kunsttonniahres beim internationalen DTB-Pokal nochmal eine gute Vorstellung gegeben hätte. Sie war lange verletzt. Die Diana Schröder ist 17 Jahre, konnte in diesem Jahr kaum starten und sich damit auch nicht...